Ich weiß nicht, was für ein Affe mich ärgern will. Und es regnet, ja, der wird immer noch nass. Nee, oder? Nee, da ist noch was drin. Trägt mich jetzt nicht auf. Ja, da unten ist die Wucht. Soll ich mal was sagen, hier. Was ist, wenn die Motorsäge nicht geht? Genau, macht das alles mit der Hand. Junge, Junge. Mit einem stumpfen Beil. Ich weiß nicht, was für ein Affe mich ärgern will. Aber das hier ist doch nicht normal. Ich muss gleich einen Baum wegräumen. Äh, da muss ich mich mal laden, binden. Wenn das so bleibt, bin ich patschnass bis auf die Unterhose. Nee, nee, nee. Das kannst du dir nicht ausdenken. Oh, nee. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Das funktioniert so nicht. Oh, nee. Ich glaube, ich spät da. Ich sag doch, ne? Warteln, Kaiopai will mich ärgern, ey. Wer wünscht sich so ein Wetter? Müssen wir mal gut aufpassen. Hier ist ein bisschen schmierig wie Sau. Ja. Wie war das? Da muss man gemütlich fahren. Tchakalaka. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich glaube, so ging das nicht, oder? Vom Dschungelbuch. Äh, nee. Ich dachte, morgen aber auch so schön. Ich hab gestern erst gewaschen. Echt. Der war so blitzeblank. Aber gut, der war innen drin auch blitzeblank. Der sieht schon wieder aus wie Sau da unten. Zum Kotzen hier. Ich mit meinem Kaffee hier immer, ey. Das war irgendwie beim Luftgefederten anders. Da gab es so Probleme nicht. Oh, ja. Oh, nee. So, jetzt aber. Hier. Nee, nee, nee. Das hier ist ein, 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 ein Wegegelagert. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Hier hab ich ja gestern schon rückwärts gesetzt, hier zum Holz. Da steht jetzt mein Hängerschen. Ich muss den Baum da hin. Wär cool. Soll ich jetzt sagen, was hier dran gefährlich ist, wenn man so schnell rückwärts fährt, wenn man hier vom Weg abkommt, dann ist es vorbei. Oh, jetzt hat er das wieder nicht gepackt. Das ist doch eine Scheiße. Das ist doch eine Scheiße. Das ist doch eine Scheiße. Zack. Oh, nein. Und ich fand, die Spiegel, ich finde da immer noch, dass man bei den Spiegeln mehr sah. Und schöner und genauer, vor allen Dingen. Ich will so ein bisschen Gas geben hier. Und lieber früh genug anhalten, vorfahren, wie neben dem Weg landen. Natürlich vorwärts auch nicht neben dem Weg landen. Scheiße. Aber der gibt hier schon nach. Ah, nee. Jetzt ist hier der Baum gekommen, ey. Polterdi, 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 Polterdi. Da muss er eigentlich kommen. Da muss er liegen. Da liegt er. Ich muss jetzt aber eh noch knieren. Fadze, fadze. Junge. Zumindest hat ein bisschen aufgehört zu regnen. Huhuhuhu. Scheiße. Wuhuhu. Wuhu. Wuhu. Ah ja! Ah ja! Oh Junge, was man nicht im Kopf hat, hat man eine Beine. Nee, das ist nie passiert. Echt jetzt? Waren doch alle leer? Leer, 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 leer. Oder hat sich die Fett besser aufgedreht? Oh nee, das könnte natürlich auch sein. Jetzt fängt dann wieder Meer an zu regnen. Mensch, ich könnte kotzen. Ich muss heute Morgen aber schmieren. Ich kann damit verschieben. Schmieren nach Gehör. Schmieren nach Gehör. Oh nee. Oh nee, die sind da hoch. Hier reichen drei Hügel. Wollen die auch nicht übertreiben, was auch mal die Klamotten aufversaut. Oh, Junge. Ich bin so steif geworden. Vier. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Wollen ihn. Oh nee. Wasser. Und es regnet. Ja, der wird immer noch nass. Nee, oder? Nee, da ist noch was drin. Fett Wasser. Das regt mich jetzt nicht auf. Das regt mich jetzt nicht auf. Das kostet immer ne Zeit. Könnte ich echt ausrasten. Mensch. Mensch. Oh, nee. Oh, Junge. Echt ey. Fein, fein. Zack. So, rei da. Guck mal denn da. Oh. 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 Wow. weil man hier so super viel sieht ein bisschen liebe ein bisschen fett ja 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 Können nicht kratzen, ne? Okay. Ah ja, komm, ist egal. Also wenn mein Kran sagt, ich will nicht. Ne? Und wenn der... Boah. Jung, das hier muss ein großer Stamm sein. Oder da unten ist die Wurzel. Ich habe mich aber auch ein bisschen blöd und ein bisschen weit weggestellt. Ah ja, da unten ist die Wurzel. Okay. 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 da sind wir wieder wach da sind wir wieder wach da 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 hätte da oben liegen lassen dann wäre gut gewesen aber wir wollen das ja vernünftig machen mein Gott es gibt es nicht es gibt es einfach nicht es 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 UNTERTITELUNG So kann zumindest keine mehr was passieren. Junge, ich hab heute morgen aber echt ein bisschen Zielwasser. Das Teleskop gleich schmieren hier. Das hat jetzt aber doch noch schneller gegangen, als ich gedacht habe. Ich kriege zwar wieder eine Beschwerde wegen Urreberhechtsverletzungen. Das ist mir aber egal, weil ich kriege ja sowieso kein Geld dafür. Also meine Videos werden ja sowieso nicht monetarisiert. Und dann mal hier. Aber mal ernsthaft. So ganz hohl. So ganz hohl ist mir ja auch nicht. Weil wenn man das im Hellen nicht gesehen hat. Also die Scheiße hier. So da mitliegt. Das haben wir auch schon. Das hatten wir schon mal letztes Jahr. Aber wir haben es ja auch nicht mal gefunden. Das könnte auch vorher schon von dem vor gewesen sein. Und schon, wir tragen es heute alle anders. Aber da gibt es auch wieder Dinge, die einfach komplett in der Gänze im Original zurückkommen. Und dafür müssen wir gar nicht so weit zurück schauen. Sondern wir müssen nur 10 Jahre zurück gehen. Da hat Goethe, der Track Somebody, der da jetzt genau veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob dieses Stück Musik mittlerweile australisches Kulturgut ist. Aber dieser Track, der ist auch wieder zurückgekommen. Na klar, da haben wir TikTok natürlich. Dazu werden wir Klärvideos gemacht, wie viele wir eigentlich sind. Das sieht sich ja mal geworden. Schaut mal, wie geil das hier ist. Oh nee, ey. Echt. Echt? Nee. Nee, ich finde die bocht echt... Dat ist... Oh nee. Oh nee. Das ist mal gut. Ich hab mal so Stellen nicht fahren können, wenn es trocken ist. Oh nee. Oh, hoffentlich hab ich mir mein Hütchen jetzt nicht abgerissen. Oh nee. Ey. Echt, da kommt ja richtig Freude auf hier. Scheiße. Das war natürlich der Klug. Oh nee. Warum kann man nicht einfach mal auf seine ihren Gedanken hören? Ah ja, zumindest... noch alles schon wieder. Ich kann dann immer als näher da dran fahren. Heute Morgen, so macht das mal gar keinen Spaß. Weil sonst da in den Pampus sind, geht nicht. Jetzt starten wir fest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hätte Feuer wissen sollen. Scheiße hier. Ich hätte ja noch froh sein, da hat hier keinen. Keine Terri Fischöse oder sowas. Ich würde es knacken, Gott sei Dank. Ich würde es knacken, aber ich würde es knacken. Guck mal, ey. Kann ich noch mal zeigen. Ah, da kommt Freude auf. Wo ist denn jetzt hier der Ast? Muss ja hier der sein. Sieht so aus, als wäre das hier der. Ey. Ich würde es knacken. Ich würde es knacken. Ich würde es knacken. Es wäre es knacken. Aber. Du bist so aus. Du bist so aus. ich hab nichts drauf hier darfst du keinem erzählen an dir ich hab nichts drauf hier ich hab nichts drauf ich hab nichts drauf ich hab nichts drauf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum? 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 Warum?